Ultradiane Rhythmen Ultradiane Rhythmen sind Zyklen, die weniger als 24 Stunden dauern. Und eines der besten Beispiele ist der Zyklus der Gehirnaktivität während des Schlafs. Oh, das ist faszinierend! Können Sie mir mehr über die verschiedenen Schlafphasen erzählen? Absolut! Der Schlaf hat fünf verschiedene Phasen, und sie treten in einer bestimmten Reihenfolge während der Nacht auf. Was sind die verschiedenen Schlafphasen? Nun, die ersten vier Phasen sind als NREM-Schlaf, Non-Rapid-Eye-Movement, bekannt. Und die fünfte Phase ist REM-Schlaf, Rapid-Eye-Movement. Interessant! Können Sie erklären, was in jeder Phase passiert? Sicher! In der ersten Phase verschwinden Eiferwellen und werden durch langsame Wellen mit niedriger Spannung ersetzt. Herzfrequenz und Muskeln entspannen sich. Das ist leichter Schlaf, und die Menschen können leicht geweckt werden. Wow, das ist wirklich faszinierend! Was ist mit den anderen Phasen? In der zweiten Phase wird der Schlaf tiefer, und die Menschen können immer noch leicht geweckt werden. Diese Phase ist durch kurze Ausbrüche von Schlafspindeln und K-Komplexen gekennzeichnet, und die Körperfunktionen verlangsamen sich. Interessant! Was ist mit der dritten und vierten Phase? In der dritten und vierten Phase wird der Schlaf zunehmend tiefer, und die Menschen sind schwer aufzuwecken. Hier werden die Reparaturarbeiten durchgeführt und Wachstumshormone freigesetzt. Faszinierend! Und was ist mit der REM-Phase? Die REM-Phase wird auch als aktive Schlafphase bezeichnet. Nach etwa 15 Minuten REM-Schlaf tritt der Schläfer in einem Zyklus, der sich die ganze Nacht über wiederholt, wieder in die anderen Phasen ein.